Hallo und willkommen zurück bei Far Cry Primal. So, was haben wir denn da unten? Kommen wir da hin? Wir sollen irgendwie ein Käfig aufschießen. Das klingt relativ einfach. Da oben ist auch noch so eine Feuerstelle. Da würde ich auch noch gerne hin. Ich weiß nicht, wo die Tür ist. Da oben bin ich. Dann kommt der Tür. So, wenn ich anstreng das, So, wie du da hin schaust? Oh, das ist doch nicht. Oh, das ist doch nicht. So, wie schlaust du jetzt? So, wie du ein bisschen. So, wie du da hinwegst? Alter. Uiuiuiui. Okay, die Katze ist da. Dann lassen wir die mal da spielen. Wir brauchen eine etwas, eventuell eine etwas erhöhte Position, die nicht ganz so exponiert ist. Zum Beispiel hier so. Reicht das? Mal gucken. Ich sehe hier 0, gar nichts. Da so. Okay. Sitzen die alle da unten drin? Müssen wir von hier angreifen? Was? Wo? Ah, da. Tatsächlich. Da hängen die rum. Da ist so ein Alarmhorn. Da waren noch mehr Leute. Wie kommen wir da hin? Deswegen tatsächlich von hier sehr wahrscheinlich. Oder halt abseilen. Habt Spaß mit den Bienen. An den kommen wir komischerweise nicht ran. Wo ist denn hier Mr. Mr. Rüstung? Da. Aber halt auch alles alles unter Tage. Hier ist dann nix. Hier ist dann nix. Hm. Okay. Dann. Wie komme ich denn hier wieder zurück? Okay. Wissen wir Bescheid. Das Lagerfeuer. Oder der Eingang dazu ist weiter hier unten. Hier so. Cool. Cool. Oh. Oh. Da, da, da. Ach, hier unter uns. Ja, verdammt. Klopp. Klopp. Äh, okay, den sehe ich nicht. Ich sehe, alles, alles tot von oben. Okay, der hängt hier direkt in der Ecke. Das nehmen wir mit. Ja, der steht irgendwie in Deckung. Okay. Jetzt hängt das gerade. Gerade der da. Da rum stinkt. Okay. Puh. So, wer hat mich denn von hier aus gesehen? Er hier? Ich sehe, ich sehe da absolut nichts. Ich sehe da keine Umrisse, kein gar nichts. Die hängen da zu zweit rum. Okay. Okay. Vielleicht dann doch die... Hier den anderen Eingang mal checken. Nee, der hat mich dann direkt hier im Visier. Das ist alles irgendwie nicht... Nicht so, wie ich es gerne hier hätte. Was geht denn jetzt hier ab? Was? Au! Was macht mein Tiger da unten? Außer Unfrieden stiften. Außer Unfrieden stiften. Bleibst du mal bitte hier? Hast du zwar ganz cool gemacht, aber... Habt ihr das so nicht befohlen? Äh... Vielleicht war auch irgendwie meiner... Komischen Schleicherei hier etwas... Übertrüssig. Ah, hier in den Höhlen, wenn man da reinkommt, sieht man echt... Absolut gar nichts. Okay, mit dem wollte ich jetzt keinen Streit anfangen. Ich würde echt gerne den... Horntypen hier irgendwie... Erwischen. Ich weiß nur nicht so ganz genau, wo der steht. Na ja, die Katze... Machen wir das halt so. Mal gucken, ob es ihn findet. Tatsächlich. Interessant. Na ja, jetzt warte doch mal. Au. Was hat mich denn da noch eben getroffen? Merkwürdig. Na ja, okay. Haben wir... War hier doch noch geschafft. War hier doch noch geschafft. Okay. Ich weiß nicht. Ich glaub hier der Speer ist momentan nicht so wirklich effektiv. Den muss ich halt... Noch ganz böse aufrüsten. Äh, ja warte mal. So. Hier. Äh, ich ändere sich aber auch hier wieder... Echt ganz böse eingegraben. Ja. Bei denen. Voll, voll, voll. Was ist bei euch jetzt hier los? Ist doch kein Schwein mehr. Lauf doch halt hier nicht so rum. Okay. Äh, wo... Wo geht's denn jetzt hier raus? Was war denn hier eigentlich im Lager? Haben wir hier schon irgendwie... Ja, Nordton. Hm. Deswegen im Prinzip würde ich echt gerne hier von unserer normalen Tasche hier so ins Lager transferieren. Das wäre richtig toll. Weißhölf. Haben wir irgendwie noch ein... Ja, Leoparden haben wir genug. Höhlenbärenfell. Transferieren wir mal. Säbelzahn haben wir noch. Höhlenlöwen. Ziegenfell. Eigentlich haben wir hier eigentlich soweit alles. Müsst ihr halt drüben nochmal gucken. Was war... Äh... Brauchen fürs... Ja, für die Upgrades. Ja. 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 Da war er zu dicht dran. Ja. Okay, okay, okay. Uh. Nein. Rechts. Hau ab. Uff. So. Damit haben wir das. Ihr seid von uns. Gut. Dann haben wir den auch gezähmt. Äh... Leopard. Da. Uns fehlt noch ein seltener schwarzer Löwe. Wo auch immer der sich rumtreibt. Dachs. Wäre natürlich auch toll. So. Oh. Okay. Er ist da. Puh. Tja. Kann ich jetzt auch nichts für. So. Gesammelt. Jack. Wird gehäutet. Wenn's denn hier schon einfach so rumliegt. Ja. Unsere... Unsere Typen liegen hier einfach tot in der Gegend rum. Weil sie nicht auf sich selbst aufpassen können. Jo. Dann haben wir ja doch ein bisschen... Ein bisschen was hier geschafft. Hier aufgeräumt. Und... Hier hätten wir noch... Was... Wenn wir schon mal hier in der Nähe sind. Ach. Hier ist das Leuchtfeuer. Ach. Das war hier tatsächlich so eine... So ein Außenposten. Ich hab gedacht, das wäre hier das Leuchtfeuer gewesen. Naja. Okay. Dann gehen wir noch gerade gucken, was es da oben gibt. Falls wir denn da hochkommen. So wie es aussieht, kommen wir da nicht hoch. Ins Rückgrat. Ja, jetzt... Brauche ich dich halt nicht mehr. Jetzt... Können wir halt hier... Alles... Alles töten. Was... Was einem vor den Bogen läuft. Ja. Vor allen Dingen Steine. Ja, was willst du denn? Was... 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 Aha. Okay. Vielleicht. Irgendwann. Aber... Nicht... Nicht mehr heute. So... Zedern. Wie sieht's aus? Tasche voll... Wo... Wo... Grünplatz, haben wir auch Tasche voll. Bestimmt hier auch Tasche voll. Okay. Hau ab. Was auch immer du bist. Drei. Oh oh. Der kommt gefährlich nah. Leip weg. Wow. Viel zu hoch. Katze komm mal her. Das kann ja so nicht angehen. So, wie viele haben wir denn jetzt noch? Ihn da hinten. Äh. Ich hab nämlich absolut auch keine Ahnung, wie lang ich hier schon aufnehme. Ich hab meinen Timer nämlich nicht gestellt. Okay. Das war auch etwas unfair, zwei gegen einen. So, futter mal. In der Zwischenzeit machen wir hier ihn hier. Noch mal. Wenn wir ja eins haben, dann Fleisch. Vor allen Dingen, weil wir da ja immer so viel Nachschub kriegen. Brauchen wir ja nur ein bisschen jagen gehen und dann passt das schon wieder. Oder halt hier irgendwie so vergammeltes Zeug hier nehmen, was schon seit ewig und drei Tagen hier rumliegt. So, und, äh, anzünden. Aber auch sehr gefährlich hingebaut. Okay, dann würde ich sagen, war's das definitiv. Es ist bestimmt eh wieder Überlänge. Mach mal aus. Und, ja, dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.